Intelligenz ist ein Netzbetreiber, der auf kundenindividuelle Lösungen spezialisiert ist, um den telefonischen Kundendialog zu optimieren. Wir betreuen nur Geschäftskunden, im Regelfall den Mittelstand, weil wir dessen Sprache sprechen. Ein Großteil unserer Mitarbeiter sind Softwareentwickler, weil wir eine Kombination aus einem Netzbetreiber sind und einer Softwareentwicklungsfirma. Wir bieten unseren Kunden Lösungen, die wir alle selbst im Haus entwickelt haben. Das heißt, wir sind in der Lage, alle Anwendungen selbst zu entwickeln. Wir beauftragen niemanden. Das hat den Vorteil, dass wir schnell Änderungen vornehmen können und auch kostengünstig unseren Kunden diese Lösung anbieten können. Von unseren Fähigkeiten her sind wir im Wesentlichen natürlich Telekommunikationsanbieter und deswegen spreche ich sehr gerne von Cloud Communication. Also es geht darum, Sprachdienste in diesem Netz anzubieten. Als Netz haben wir einmal natürlich das klassische Telefonienetz, so wie wir es bisher kennen, aber mittlerweile eben auch immer verstärkter das IP-Netz. Netzlösungen, so wie wir sie anbieten, sind natürlich ideal dafür, um kurzfristig mal statt 100 200 Ports oder 200 ACD-Arbeitsplätze zu haben für eine spezielle Aktion. Wenn die Arbeitsplätze nicht mehr gebraucht werden, sind wir natürlich auch in der Lage, dem Kunden die virtuelle Anlage zu reduzieren. Unsere virtuelle Telefonanlage basiert auf dem eigenen Next Generation Network, was wir schlussendlich bis zum Kunden durchführen und damit können wir natürlich hervorragende Sprachqualität garantieren. Was heißt TK-Anlage im Netz? TK-Anlage im Netz heißt, Sie haben keine großen Investitionen mehr in eine große Telekommunikationsanlage mehr zu tätigen, sondern Sie telefonieren im Netz der Intelligence, so wie Sie es auch schon aus der Vergangenheit über die ACD gewohnt waren. Alles Consult hat mehrere Standbeine. Einmal erstellen wir Kundenmagazine, Gewinnspielmagazine und wir beraten in der Telekommunikationsbranche. Wir führen Callcenter für Dienstleister, also für Unternehmen, die Callcenter beauftragen. Die Telekommunikation ist für uns das A und O. Wenn die EDV mal ausfällt, wird hier im Unternehmen ein bisschen gemurmelt und naja, eine Stunde, zwei Stunden geht es mal. Wenn aber das Telefon ausfällt, dann sind alle 25 Mitarbeiter hier bei mir im Büro und sagen, Frau Heechi, wieso geht das nicht? Unsere Kunden müssen erreicht werden. Frau Heechi, können Sie mal alles auf die Handys umruten? Daher ist für uns eben diese webbasierte Technik extrem wichtig, weil ich damit sofort flexibel bin und sagen kann, geht meine Hardware, mein Telefon im Büro nicht, rute ich die Anrufer sofort auf mein Handy. IN Wirtel – die Telefonanlage im Netz. Die Installation ist einfach und schnell erledigt. Mehrere Standorte lassen sich unkompliziert vernetzen. Individuelle Anpassung ist dank der maßgeschneiderten Produktgestaltung jederzeit möglich. Die Skalierbarkeit ist in beide Richtungen gegeben. Die Verwaltungs- und Wartungskosten für die TK-Hardware entfallen. Es herrscht hohe Kostentransparenz bei geringen Fixkosten. Software-Updates erfolgen automatisch und erzeugen keinen Mehraufwand. IN Wirtel ermöglicht die Nutzung von Endgeräten auf dem neuesten Stand. Unser Schwerpunkt liegt ganz klar auf dem Mittelstand. Wir im Unternehmen haben Produkte, die sind standardisiert, aber das sind nur Rahmenprodukte. Wir gehen mit diesen standardisierten Produkten zu unseren Kunden raus, hören uns an, wie seine Bedürfnisse sind und können dann individuell in unserem Haus in diese Produkte eingreifen. Wir haben keinen EDV-Mann. Wenn Sie einen brauchen, brauchen Sie eigentlich zwei, weil der eine geht ja auch mal in Urlaub. Und ich möchte eigentlich Dienstleister haben, die das für mich machen, damit wir uns hier auf unsere Kernkompetenz, nämlich Beratung, Fachwissen im Verlagswesen, in der Telekommunikation, dass wir uns darauf fokussieren können und ich als Geschäftsführerin mit dieser Technik so umgehen kann, ohne dass ich Informatik studiert habe. Und die Technik ist so anwenderfreundlich, dass meine Kunden, wenn sie anrufen und ein Problem haben, ich sagen kann, während des Telefonates kann ich einige Dinge sofort umsetzen. Und das ist für unsere Kunden das A und O.